Heute beim Elektrischen Reporter – Ängste, Motivation und Ghosting. Ich habe sie erwartet. Ängste sind virtuelle Objekte. Sie existieren nicht in der physischen Welt, sondern nur in unserer Vorstellung. Warum also nicht Virtuelles mit virtuellem Bekämpfen, fragen sich neuerdings einige Psychotherapeuten, wie unser erster Beitrag zeigt. Phobien und Angststörungen betreffen nach Schätzungen jeden siebten Europäer. Besonders verbreitet sind Höhenangst, Flugangst und die Furcht vor Spinnen. Die Folge, viele Betroffene schränken sich ein, vermeiden bestimmte Situationen. Aus Angst vor der Angst. Aber selbst für Extremphobiker gibt es heute Hilfe. Etwa in den virtuellen Angstwelten von Marc-Erich Latuschik an der Uni Würzburg. Die Idee, im digitalen Raum soll die Angst ihren Schrecken verlieren. Dazu scannen Latuschik und sein Assistent das Gesicht eines Angstpatienten ein. So erschaffen sie einen Avatar, der im Virtual-Reality-Spiegel als Stellvertreter des Patienten agieren kann. Und konfrontieren den Avatar dann mit dem jeweiligen Angst-Auslöser. Zum Beispiel mit riesigen Spinnen, die einige Vorteile gegenüber ihren biologischen Artgenossen mitbringen. Es ist eine Spinne, ich kann sie nicht kontrollieren. Das heißt, wenn ich so etwas machen möchte wie diese Spinne soll sich jetzt langsam auf den Probanden vorwärts bewegen, dann werde ich keinen Erfolg haben, diese Spinne zu dressieren, das zu tun. Das ist sehr schwierig. Da wir hier in der virtuellen Realität alles aus dem Computer bekommen und es quasi selber programmieren können, haben wir volle Kontrolle darüber. Und die Cyber-Tiere bieten sogar noch weitere Vorzüge. Aufwändige Kosten für die Haltung echter Therapietiere etwa fallen weg. Aber mit der Zeit verliert der virtuelle Schein seine Glaubwürdigkeit. Also was den Realitätsgehalt der Spinne angeht, fand ich, dass es abgenommen hat, je länger dieses Experiment vorangeschritten ist. Weil je länger es gedauert hat, desto genauer habe ich mir die Spinne dann auch angesehen und habe natürlich gesehen, dass die Bewegung der Beine immer nach dem gleichen Algorithmus zum Beispiel geschehen ist. Eine Erkenntnis des Teams von Latoschik? Probanden können sehr unterschiedlich auf die digitale Konfrontationstherapie reagieren. Manche halten es mühelos eine Stunde in der virtuellen Realität aus. Andere haben nach 15 Minuten ihre Grenze erreicht. Schwindel- und Konzentrationsprobleme sind dann die Folge. Wichtig zur Vermeidung solcher Probleme, der Avatar muss die Bewegungen des Patienten möglichst ohne Zeitverzögerung umsetzen können. Was wir auf jeden Fall schon mal gefunden haben ist, dass die Synchronität zwischen den Bewegungen der realen Figur und der virtuellen Figur einen viel größeren Einfluss hat auf die Akzeptanz dieser Figur als das Aussehen. Gerade bei der Behandlung von Höhenangst ist diese Synchronität entscheidend für den Therapieerfolg. So wie bei Uta Czach. Selbst auf eine Leiter zu steigen, um eine Glühbirne zu wechseln, war für sie vor kurzem noch unmöglich. Dadurch, dass die virtuelle Höhe mühelos von einem bis auf tausenden Meter einstellbar ist, gewöhnt sie sich jetzt schrittweise an ihren Angstauslöser. Und auch wenn die Gefahr dieser Therapie gleich null ist, ihr Gehirn meldet ihr das Gegenteil. Auf jeden Fall hatte ich Höhenangst, über diese Brücke zu laufen, weil dieser Abgrund ja sehr realistisch tief gestaltet war. Trotz akuter Angst und Panik wissen die Patienten zu jeder Zeit, dass sie in Sicherheit sind. Und dieses Wissen ermöglicht es vielen Angstpatienten, sich überhaupt erst auf eine Therapie einzulassen, ist der Psychologe Paul Pauli überzeugt. Was auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Vorteil ist, der Virtualität ist die, dass die Hemmschwelle für die Patienten sehr gering ist. Das heißt, wenn ich eine Exposition in echt mache, in vivo, wie wir sagen, dann ist es für die Patienten viel schwerer, sich dafür zu entscheiden. Für Virtualität ist so eine gewisse Technikgläubigkeit auch da. 400 Phobie-Patienten hat Pauli schon in der virtuellen Realität behandelt. Seine Erfolgsquote unterscheidet sich nicht von der anderer Therapieform. Entsprechend große Hoffnung knüpfen Pauli und andere Forscher an Virtual Reality. Aber nicht jede Angststörung ist immer auf einen konkreten Auslöser wie Spinnen oder große Höhen zurückzuführen. Trotz Virtual Reality wird es also auch in Zukunft noch genug Arbeit für klassische Therapeuten geben. Ängste sind meist auch die größten Hindernisse auf dem Weg zu Glück und Lebensfreude. Manche Zeitgenossen glauben hingegen, zum Erreichen dieser Ziele bräuchte es lediglich ausreichend Motivation. Und um solch einen Motivator geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Lars Ahmend. Ich bin Live-Coach, Bestseller, Autor und Motivator. Und ich twittere unter dem Namen at Lars Ahmend. Die Menschen kommen zu mir, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Träume verfolgen können, wie sie das leben können, was sie gerne leben möchten. Und ich gebe ihnen dann einen Anstoß und zeige ihnen dann, wie das geht. Und ich versuche einfach immer auf ganz vielen Gebieten, online und offline, den Menschen Motivation zu schenken. Der Magic Monday ist im Prinzip mein Lifestyle. Und ich möchte damit sagen, jeder Tag ist gut. Ja, weil Magic Monday deswegen, weil ja die Menschen, viele jedenfalls angefangen haben, auf den Montag zu schimpfen. Ja, das ist der blöde, der blödeste Tag in der Woche. Der Tag nach dem Wochenende. Das Wochenende ist toll. Montag ist scheiße, weil dann muss ich wieder zur Arbeit gehen. Da fängt die Schule wieder an. Muss ich wieder aufstehen morgens. Der Wecker klingelt. Und ich denke mir einfach, oder auch die Menschen, die teilnehmen an diesem Lifestyle Magic Monday. Jeder Tag ist toll. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Wenn du deinen Job nicht toll findest, dann such dir was anderes. Wenn du die Dinge, die in deinem Leben sind, nicht toll finden, dann ändere sie, anstatt darüber zu schimpfen. Die Resonanz ist unfassbar toll und das treibt mich auch immer wieder an, weiterzumachen und nicht aufzugeben und noch mehr Menschen erreichen zu wollen. Und ich sehe, dass das jemand, der seit 30 Jahren unglücklich ist und seit zwei Monaten Teil der Community ist bei Magic Monday und das auch tatsächlich umsetzt. Und er dann schreibt, ja, ich habe mich wieder mit meiner Mutter vertragen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Und jetzt, durch deine Anleitung, habe ich es geschafft. Du musst nicht immer gut drauf sein. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Wenn du schlechte Laune hast, wenn du keinen Bock hast, Menschen zu sehen, dann sei so. Dann erlaube dir auch genau das zu fühlen, was du gerade fühlst. Sei schlecht gelaunt, sei traurig. Aber sei eben danach auch wieder genauso glücklich, genauso motiviert und genauso lebensfroh. Das ist ganz wichtig. Egal, was dein großer Traum ist, fang an und zwar jetzt und nicht morgen. Mach dir keine Gedanken darüber, sondern fang an. Beginne. Sofort. Und stell dir die Fragen später. Weil du kannst dein ganzes Leben lang damit verbringen, etwas auf morgen zu verschieben. Dann wirst du niemals irgendwo hinkommen. Oder du kannst sagen, okay, ich fange jetzt an und warte ab, was passiert auf meinem Weg. Aber ich gehe diesen ersten Schritt. Fang an. Jetzt. Das ist der beste Tipp. Das Netz ist ein prima Ort, um mit Menschen, die wir mögen, in Kontakt zu bleiben. Umso deutlicher fällt es auf, wenn sich Menschen dort von uns abwenden und einfach verschwinden. Ghosting nennt sich dieses Phänomen und darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Im Internet spukt es. Ghosting beschreibt das Phänomen, wenn Menschen plötzlich verschwinden. Die Podcasterin Sarah Drevermann hat Ghosting sogar schon persönlich erlebt. Nach einem Online-Date. Wir waren auf mehreren Dates. Und danach ist es dann passiert, dass ich dann gefragt habe, wann wollen wir uns das nächste Mal treffen? Ich so, ja klar. Nächste Woche Mittwoch habe ich Zeit. Da habe ich nie wieder was gehört von der Person. Ghosting ist also keine übernatürliche Erscheinung, sondern eine neue Art des Schlussmachens. Das Entscheidende, die vollkommene Unerreichbarkeit des Ghosters. E-Mails, Anrufe, SMS, alle Kontaktversuche werden abgeblockt und ignoriert. Für die Paartherapeutin Anna Hohlfeld die passende Trennungsform zum Online-Zeitalter. Und heute ist glaube ich so, dass man das nutzen kann, dass man eben so viel digital verbunden ist, da alle Stränge und alle Verbindungen zu kappen. Das heißt, die Nummer zu löschen, alle Formate, auf denen man sich vielleicht vorher so begegnet ist, alle Profile sozusagen zu löschen, selber jemanden zu blockieren und Nummern zu sperren und so. Was solches Verhalten beim Verlassenen auslösen kann, haben mehrere Studien untersucht. Das Gehirn reagiert auf soziale Ablehnung genauso wie bei starkem körperlichem Schmerz. Ein plötzliches Abtauchen kann sogar einen Schockzustand auslösen. Denn der Verlassene hat keine Möglichkeit, sich mit den Gründen für das Beziehungsende auseinanderzusetzen, ist der Single-Coach Erik Hegmann überzeugt. Dann fängt das Gehirn an, tatsächlich Erklärungen zu suchen. Menschen bleiben dann in so einer Endlosspirale, kommen da auch nicht raus. Das kann dann statt Wochen auch Monate dauern und sich verlängern, bis hin, dass man wirklich externe therapeutische Hilfe benötigt. Klar sind Trennungen immer schwierig. Sie bedeuten Konflikte, Gespräche, Austausch. Beim unangemeldeten Beziehungsausstieg vermeidet der Ghoster die Konfrontation und damit auch das Drama einer Trennung. Eine Vermeidungsstrategie. Aber auch für denjenigen, der geht, ist das nicht leicht zu verdauen. Ein Freund von mir ist sehr nett, aber auch ziemlich anstrengend. Ich glaube, es gibt nicht so richtig einen Weg, einem Freund zu sagen, können wir bitte etwas weniger befreundet sein? Also habe ich einfach aufgehört, auf seine Nachrichten zu antworten. Und das bringt ein nagendes Schuldgefühl mit sich. Fest steht, durch das Netz können wir mehr Menschen kennenlernen als jemals zuvor. Ob Facebook oder Dating-App, die nächste Verabredung und potenziell große Liebe scheint per Fingerwisch in Sekundenschnelle in greifbarer Nähe. Und das hat eben auch Konsequenzen. Mein Eindruck ist, dass dieses ganze Online-Daten und das sich schnell verabreden im Netz auf Sex oder auch eine Tasse Kaffee, dass das etwas ist, was auch so ein Ghosting befördert. Das heißt, wenn ich mich darauf einstelle, ich habe irgendwie schneller Online-Kontakte, dann kann ich mich auch darauf einstellen, dass es auch schnell wieder vorbei ist. Hegmann unterscheidet Menschen, die sich tatsächlich binden wollen und können, von Angsttypen und Vermeidern. Das Internet schüttelt diese Gruppen nun plötzlich durcheinander. Online hilft jetzt natürlich, auch Menschen zusammenzubringen, die sich eben niemals getroffen hätten. Und dadurch passiert es, dass genau diese sehr gegensätzlichen Typen heute sehr häufig aufeinandertreffen. Hegmann glaubt, dass der Schlüssel, um sich vor einer Ghosting-Erfahrung zu schützen, in der Kommunikation liegt. Wer genau hinschaut, kann einen potenziellen Ghoster sehr früh entlarven. Und auch wenn es leicht fällt, Ghoster und Verlassene als Täter und Opfer zu interpretieren, beide Seiten haben Fehler gemacht und ihre Anliegen nicht genug kommuniziert. Eine Zeitbombe für jede frische Beziehung. Mit Ghosting als häufiger Konsequenz. Hilfreich sind da klare Regeln. Und zwar für beide Seiten. Also ich habe für mich Regeln entwickelt im Sinne von, wenn man sich über einen längeren Zeitraum trifft, sagt man einfach am gewissen Zeitraum, wenn es nicht funktioniert. Wenn man sich jedoch nur ganz kurz getroffen hat, dann finde ich, ist das total legitim, sich dann nicht mehr zu melden. Wenn man ghostet, niemals zurückkommen. Ghosting mag zwar ein neuer Begriff des Netzjargons sein, zeigt aber vor allem eines. Auch zum Online-Dating gehören Missverständnisse, Verletzen und Verletzt werden dazu. Dass der eigene Partner plötzlich verschwindet, gab es aber auch früher schon. Ich geh mal eben schnell Zigaretten holen, hieß es dann oft. Immerhin. Vor solchen Floskeln ist der Gegoostete dank der Unverbindlichkeit des Online-Datings heute sicher. Jeder Mensch sucht nach Halt, dabei liegt der einzige Halt im Loslassen. Harpe Kerkeling. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich, Ihr elektrischer Reporter. Lektrischer Reporter. Lektrischer Reporter. Taberei. Lektrischer Mädchen.